Und wie viel ist Ihnen Freiheit wichtiger als Transparenz in der Gemeinschaft? Diese Werte sollte man nicht gegeneinander aufwiegen. Wie ist Ihr Name? Alexander Twosky. Bei Alexander Twosky liegt eine erhebliche Anpassungsstörung vor. Ein Leben ist nur mit Unterstützung von Lifeguards zulässig. Eine lasche Einstellung kann fatal sein. Ihr musst hier loswerden. Ich regle das. Leute wie Sie tragen das System. Wir leben in einer interessanten Zeit. Wir sorgen alle für Sie. Wir sorgen alle für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020